Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video. Es ist aber ein Patch-Video und wenn ihr das hier seht, dann werdet ihr euch wundern, was soll denn das? Normal ist er nicht so faul, sondern er schneidet die Patch-Videos immer zusammen. Aber diesmal muss ich sagen, alles was ihr hier in diesem Patch seht, habt ihr erstens, wenn ihr den Kanal verfolgt, von einem Monat früher gesehen. Und das geht vom Update über die Spacer-Battleships bis über die Rotation der Mietschiffe, die ihr schon kennt. Wir haben Inhaltsänderungen von wegen ganz unten. Moment, schauen wir kurz rein. Da ist es. Die anderen Karten. Das heißt, es ist alles nichts Neues, was ihr hier jetzt erfahrt. Deswegen habt ihr die alten Info-Videos gesehen. Könnt ihr theoretisch schon ausschalten, bis ein Thema, das ich behandeln möchte. Wie ihr wisst, und wenn ihr auch den Stream gesehen habt oder den, den ich dann ein Stück für Stück hochgeladen habe, gibt es ja die Space-Battleships. Also, wir können es besser sagen, ja. Die teşekkür bei diesem scenarios forture 15.1. Greetings, fellow Captains! Your personal spaceport, Battles in a Vacuum, continuation of the second Clan Season— all these things and something more wait you in the upcoming Update 0.7.3. Was ist das? Und genau das kommt. Was ihr aber am Anfang nicht sagt, ist, wie viel die Scheiße kostet. Meine Theorie dazu war, und ich habe immer gesagt, es ist eine Theorie, weil es die plausibelste oder auch die peste Version gewesen wäre. Alles für Angebote. Das ist so gemacht wie beim Halloween-Event. Ja, dem ist nicht so. Es ist zwar so, dass dieser April-Scherz von Wargaming wahrscheinlich einen Monat dauert oder bis zum nächsten Patch. Das ist klar. Es gibt neun Raumschiffe, neun Kapitäne, den neuen Gefechtstyp, den wir schon gespielt haben. Die neuen Container sind auch dabei mit Belohnungen. Ich hoffe mal, die, die wir auch auf dem Test-Server gesehen haben. Ein paar Erfolge. Kometenhaft ist natürlich ein schöner Euphemismus wegen dem Weltraumspiel. Aber naja, es sind halt ein paar neue Errungenschaften mit dabei. Und dann, auch nicht hier dran, sondern ganz, ganz unten, weil Wargaming weiß, dass das ein sehr, sehr unbeliebtes Thema sein wird. Ganz, 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 ganz unten. Sogar unter langweiligen Dingen wie verbesserte Clan-Benutzeroberfläche, dass man jetzt statt 30 Gefechten 50 angezeigt bekommt, dass man mehrere Einladungen auswählen, also Einladungen oder Bewerbungen auswählen kann und sie alle gemeinsam ablehnen oder annehmen kann. Und da haben sie die Clan-Regeln, am besten hätten sie noch die Clan-Regeln hier eingeführt. Das wäre es noch gewesen. Aber nein, das kommt dann noch weiter unten. Nachdem steht, welche Schiffe, die eh schon von vornherein bekannt waren, welche kommen werden, ganz unten steht dann, die Darnungen werden 8000 Tublonen kosten und die gleichen wirtschaftlichen Boni wie Standard-Permitt-Tarnungen bringen. Also 50% Rabatt plus 20% Crates plus 100% XP. What the fuck? Moment. 8000 Tublonen. 8000 Tublonen sind 29,12 Euro. Die normalen Tarnungen kosten 18,86 Euro. Aber Wargaming hat sich nicht lumpen lassen. Wargaming verlangt jetzt pro Tarnung 8000 Tublonen. Das bedeutet, wir haben drei, sechs, neun Tarnungen. Das sind 72.000 Tublonen. Wollen wir das eingeben mal gemeinsam? 72.000 Tublonen. Ich weiß schon, wie viel es ist. Ich bin schockiert. Das sind 236,87 Euro. Könnt ihr euch noch erinnern, alle Premium-Schiffe auf einmal 500 Euro. Sieht ihr, zehn Tarnungen, die neun hier, 236. Sind wie neue Schiffe. Das Geile ist ja, man kann sich die jetzt einzeln kaufen. Also viele haben ja anscheinend gejammert, oh ich muss so viele Halloween-Container kaufen, damit ich alle Tarnungen bekommen habe. Manch anderer hat gesagt, boah, die waren ja relativ einfach zu bekommen. 20 Container, dann hatte ich alle. Ich weiß nicht, hat jemand 236 Euro ausgegeben, um die Halloween-Tarnungen zu bekommen? Das wäre natürlich lustig zu wissen. Ah, okay, die werden jetzt hier eingeführt. Also die werden wir jetzt sehen auf dem normalen Server, die Tage, zum Testen für die Leute. Aber das Geile sind auch die Kommentare hier. 8.000 Dublonen für ne Tarnung, aua. Früher gab's mal sowas in den Containern. Die gute alte Zeit. Hat doch vollkommen recht. Und das Geile ist, sie hält schreit hier, die Tarnungen bieten den gleichen Bonus wie die bereits vorhandenen permanenten Tarnungen, haben allerdings neben einem anderen Design auch komplett verändertes Schiff-Modell, so wie die Halloween-Container. Da kommt der höhere Preis, so wie bei den Halloween-Containern. Für den Containern beim Halloween-Event gab es gemischte Gefühle. Und nach eurem Feedback machen wir es daher dieses Mal anders. Wir werden das Feedback zum Preis und der Art der Verteilung auf jeden Fall weitergeben und in Zukunft berücksichtigen. Also, zu den Containern beim Halloween-Event gab es gemischte Gefühle. Ja, das stimmt. Weil es einem gegen den Strich gegangen ist, dass wenn man die Tarnung will, man theoretisch sehr viel Geld ausgeben muss, um die per Zufall zu bekommen. Also hat sich Wargaming gedacht, okay, dann machen wir es doch so. Wir nehmen den Zufall raus, erhöhen sehr viel Geld mit noch mehr Geld. Also pushen das und dafür könntest du es dir aussuchen. Ist natürlich auch eine Variante. Ich glaube, den Leuten ist eher etwas vorgeschwebt wie Sofortkauf zu einem günstigeren Preis. Obwohl das natürlich bei Ebay ist das meistens nicht der Fall. Meistens ist Sofortkauf zu einem höheren Preis. Aber es sind ja nur digitale Dinge. Also nicht eine Grafikkarte, die materiell immer wieder hergestellt werden muss und jedes einzelne Produkt einen gewissen Grundwert hat. Nein, vielleicht nur das erste Produkt, sagen wir einen Grundwert von 20.000 Euro. Dann hole ich mir die Wirtschaftsfuzzis und die Analysten, die mit den Statistiken der letzten Verkäufe hier beobachtet haben, wie oft wurde denn eine Tarnung in den ersten zwei Monaten verkauft und wie dann in den restlichen zehn Monaten und wie oft dann auf den Gesamtzeitraum. Dann kann ich mir sofort ausrechnen, okay, was für einen durchschnittlichen Preis muss ich angeben, um die Produktion wieder reinzuholen und den angestrebten Gewinn zu erzielen. Wargaming hat sich wahrscheinlich gedacht, viel hilft viel, machen wir viel Preis, dann machen wir viel Gewinn. Das wiederholte er natürlich. Gebettsmühlen, Aftik der Sea Hates. Wichtig ist noch zu erwähnen, es gibt, ah ja, das war auch geil. Es ist natürlich zu erwähnen, es gibt nur einen Patch lang, also einen Monat lang wahrscheinlich. Kann auch, je nachdem wie der Patch kommt, kann nur zwei Wochen sein, kann nicht länger als ein Monat sein, aber ich tippe mal pauschal auf einen Monat. Momentan sind wir ja so im Monatsrhythmus bei World of Warships. Und hier wird natürlich angesprochen, Smasher. Smasher ist von Fuso. Grüße gehen raus. Wann ist dann gedacht, World of Warships die neue Engine anschliessen? Also umzustellen. Es ist ja so, dass World of Tanks umgestellt wurde auf 1.0, sieht jetzt viel besser aus. Und ich glaube, da geht er drauf ein. Aber sie wurde ja noch vor WOTPC entwickelt. Na, schade. Ah, werden wir wahrscheinlich nichts davon haben. Und ja, sind sich alle hier geschlossener Meinung, 8000 Tublonen, also knappe 30 Euro, sind zu viel für den Spass, für die Tarnung. Und wie ich schon erwähnt habe, es ist ja nicht nur eine Tarnung, habe ich auch in vorherigen Videos gesehen, gesagt, es ist ein Model, ein neues Schiffsmodell, mit natürlich den gleichen Fähigkeiten. Aber 30 Euro, dafür kriegt man eine Luyang. So 30 Euro. Kommen wir noch 15 drauf, dann habe ich eine Tirpitz. Hat auch ein Premium-Schiff. Ja, ist nur Tier 8. Aber das, was es mich gekostet hat, auf die hinzukommen, auf Tier 10, natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Und wie gesagt, die restlichen hier sind ein paar Änderungen, wie ein Filter hinzufügen für das neue Event, ist klar. Spielabsturz, wird eine Absturzdatei angelegt und gesendet. Manche Dinge sind nicht korrekt angezeigt worden oder nicht korrekt funktioniert. Das wird halt immer wieder ein bisschen ausgebessert. Der Ton wird geändert, da kann man jetzt eine Modifikation einstellen von National oder von Original. Da müssen wir noch mal schauen. Da kommen sie halt immer wieder an. Die neuen Effekte hier. Wenn ein Schiffshorn jetzt gedrückt wird, dann haben wir hier den weißen Rauch, der optisch ausgestoßen wird. Ich drehe mich nicht mal um, wenn jemand hupt. Ganz im Ernst. Da neue Abzeichen, die ich persönlich von Anfang an nicht gebraucht habe, aber vielleicht gefällt es ja jemand. Jetzt haben wir hier einen Bang. Das könnte lustig sein. Pirat jetzt mit Sea of Thieves Release und ein Ritter, der läuft immer. Und optimierte Mechaniken. Ja, wie gesagt, es ist, nachher wird natürlich über die Mietschiffe des Clans gesprochen. Für die Clan Wars sind jetzt neue drin. Moskau, Gearing und Conqueror. Und das war es dann halt auch schon. Das ist der Badge. Also in Summe bringt der Badge nicht viel Neues. Alles, was wir schon kennen, wenn ihr dabei seid hier bei den Infovideos. und den Paukenschlag, dass Wargaming für uns mal hier richtig fett 8000 Tublonen verlangt. Das ist der Hammer. Weiß nicht. Und ob das hier mit Dasha Perova ob das hier meine Wunden schmählen soll. Galaktika. Galaktika. Sypolis. Formierliche. Ich weiß nicht, Wargaming. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Ob das die 8000 Tublonen wettmacht. Meine Meinung dazu, wenn ihr sie denn hören wollt, ansonsten macht es sofort aus, 8000 Tublonen ist viel zu viel. Es nimmt in letzter Zeit und das schon seit einem halben Jahr Formen an, die nicht gut sind. Man könnte meinen, Wargaming schaltet die Server von World of Warships ab und will noch den letzten Penny rauspressen aus den Spielern. Oder aber, sie haben einfach die falschen Berater. Verkauft wird es wahrscheinlich. Doch, es gibt immer Leute, die sich so etwas kaufen. So irrsinnig das auch sein mag oder einem anderen wie mir hier erscheinen mag, dass man 30 Euro nur für eine Tarnung ausgibt, was am Schiff nichts verändert, sondern nur ein bisschen bessere Werte gibt, wie Dinge, die man nicht braucht. zum Beispiel 100% mehr XP. Ja, man kann da seinen Kapitän drauf trainieren, kann ich auf anderen Schiffen auch, ein Premium-Schiff. Mit der anderen Tarnung kriege ich auch 100% mehr XP. Plus 20% Credits. Ja, das ist, das kriege ich auch mit einer Hydra. Nein, nicht Hydra. Hydra, die kriege ich mehr. Die minus 10% und plus 10% der normalen Flaggen, die sich anhäufen, wie, keine Ahnung, wenn man Großvieh hat, der Misthaufen. 50% pro Watt auf Wartungskosten, das mag den einen oder anderen rausreißen, aber da muss man einfach besser spielen mit den 10er-Schiffen. Dann hat man auch kein Problem mit dem Cash. Da wird man nichts verdienen. Man wird knappe 100.000, vielleicht auch mal 200.000 Cash machen. Man wird keine halbe Million machen, muss ich auf die 10er-Schiffe aber auch nicht. Dafür sind die anderen Schiffe ja auch da. Also es bringt einem nichts, außer das Aussehen. Und dass Wargaming dann Leute zur Kasse bittet, die auf solche Schiffe stehen, quasi nur auf die Optik, das ist ein bisschen hart. Aber mei, meiner Meinung nach hätten es 5.000 ganz leicht getan. Ganz leicht. Und 18 irgendwas ist dann halt doch ein bisschen besser als 29. Schieß mich dort. Wie gesagt, ein billiges Video zu einem billigen Patch. Und sogar mir ist ein bisschen langweilig vollkommen. Ich verstehe nicht, wie manche Leute das immer so machen können. Na gut, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Patch und im nächsten Gefecht. Und ich hoffe mal, es kommt ein bisschen was Performance-Technisches dann und FPS und vor allem Server-Technisch keine Drops mehr. Und geil werden echt bessere Server. Dass ich nicht zweimal schießen kann mit Terminal Tower, bevor der Gegner mich sieht und umgekehrt. Ciao.